also ich muss ja schon sagen also durch die hecken ich komme mir vor wie immer um sie nix schon gut warum sind das objekte dies auch und um sie gibt den zumindest sehr danach aus ja ja gut ich sag mal so wundern wird es eigentlich da gibt es ja einiges was aus ets irgendwie so ein um sie gelandet ist obwohl es das eigentlich nicht sollte das schattend dann gebe ich jetzt mal versuche jetzt mal gas zu geben mit meinem bagger dahinten noch lebt sich die hinten dran ja ich kann auch nicht wirklich das geben war der scheiß renault der kann doch ganz schön auf wo ich hol sogar auf er guckt ihr doch mal was ich geladen habe was du geladen hast ihr guckt ihr doch mal an was ich geladen habe hier guck dir mal an was ich geladen habe jetzt wird er wieder an mir vorbei guckt ihr mal an was ich geladen habe hier guck guck mal ich zeig dir das mal ich könnte jetzt auch in die mitte fahren geradeaus müssen wir jetzt und er ja kaputt daher aus müssen wir jetzt wir spielen hier gerade auf achse habe ich übrigens letztes wieder wir angeschaut bei mixtum gab es da folgen wo lang geradeaus gut ich bremse mal ein bisschen ab und wir müssen bremsen baustellen und wir müssen bremsen ich kann es gerade nicht ändern der renault wollte nicht so ganz wie ich wollte also ich wurde gerade von einem nur so ich kommentiere das gerade für meine zuschauer ich wurde gerade von meinem kollegen mit dem ich ja hier konvoi fahre die leihplanken gedrängt und ich wurde gerannt ja also eine fracht wurde beschädigt ja ich habe auch schaden bin ich doch vorbei ja aber der gast ist mir hinten drauf das findet er auch noch witzig mein kollege mit dem ich ja konvoi fahre herrlich ich dafür stehe ich vor der baustelle und warte auf euch und esse jetzt erstmal genüsslich eine waffel ja brauchst du nicht essen weil wir können jetzt fahren wir haben grün ja ich habe brot und ich habe eine motor 4 funktion geil dann können wir erst mal in die nächste werkstatt fahren warum roll ich denn jetzt los mal einmal zu viele waffeln gegessen aber kass nicht dachte du hättest abgebremst wo ich an dir vorbeigezogen bin warum sollte ich abbremsen ja um mich reinzulassen warum du hast mich doch überholt so an jetzt übernehme ich wieder das kommando hier vorne einen schaden weißt du fährt recht rüber und fragt mich in dem moment bist du rechts weg was war das denn das meine lieben damen und herren war ein gegenfahrer ich hätte ja nicht überholen dürfen ist mir auch egal ja jetzt ihr zwei habt drauf muss ich sagen dass er gerade nur beobachtet ja diesmal diesmal hast du es nur beobachtet beim letzten mal warst du derjenige doch 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 ich weiß gar was du willst ich bin doch perfekt an dir vorbeigezogen ich habe nicht mal schaden soll ich noch künstlicher lachen oder also ich habe immer ständig motor 4 funktionen das ist total cool ich gerade sagen wer diese lache gekannt hat beschreibe es bitte mal in der schlechte invitation und ist keineswegs irgendwie das lustig zu betrachten ja und an die du hältst ein bisschen die reiz abstand erst du mal wo jetzt die reiz ab was genau treibst du da vorne ich gucke immer auf dem rechten bildschirm auf die aufgabe flüssig ist ich kenne das programm noch nicht dann mach mal ein paar testaufnahmen wo müssen wir denn hin links rum aber hier ist gerade ein anderer truck das sehe ich auch darf ich fahr auch bald mal wieder darf achtung ihr müsst auch leute von links achten aber der biegt direkt ab also ist alles normal wiederholen so hier ist aber ganz schön reger verkehr wo sind wir denn sind wir irgendwie bei einer stadt kasten wie kommst du voran ich bin hinterm andy aber irgendwie ist mein motor wieder aus schon wieder ja den hast du ja kaputt gefahren wieso ich ja weil du mir reingefahren bist ich bin hier nicht reingefahren du bist mir eingefahren du hast ja du überholst mich also muss mein gott das wird nichts ganz ehrlich du hast der kasten den treibst du gerade so weißt du irgendwie ist heute kasten die opfer die opfer ja finde ich auch nicht geil dass ihr sagt die finden das von geil wenn ich die opfer bin ja ich habe ja von gerade in einem kommentar gelesen das wäre voll lustig wenn wir dich immer so fertig man habe ich mir gedacht das nächste mal komme ich dann wahrscheinlich dran natürlich jeder kriegt sein fett weg ja 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 vielleicht auch diese aufnahme andy ich weiß auch gar nicht wo ihr seid also das war okay wir warten also julian ich habe langsam abgebremst ich habe ein renault ich kann jetzt so schnell bremsen wie du mit deinem komischen solltest aber ziemlich da oder vorne das ist nichts du solltest aber schon ziemlich gut bremsen können wenn du eh generell nicht so schnell bist gucken wir uns noch mal diesen wunderschönen lkw an auch ist der nicht toll ist der nicht toll also ich meine nicht deinen der carsten komm du kannst fahren carsten ja was denn wenn ich jetzt wieder abbreite geht der mutter aus da ist eine mautstelle du musst jetzt bremsen hat er viel gebracht jetzt gegen die schranke der kraft hier ist genau das passiert falsche richtung die maut gezappt falsche richtung ist das kommt davon hihihi das kommt davon hihihi 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 falsche richtung hihihi ist gut jetzt ich denke wir müssen jetzt rechts abbiegen ne julian ja ich muss erst mal kann ich noch nie sehen aber wir müssen ja ja müssten wir aber vor der brücke als vor der da ja da da kurz warten wenn wir warte nicht auf leute die mir in den lkw fahren warte ich du bist mir eingefahren wenn schon eben nicht ich habe aber keinen schaden erlitten habe ich das schon erwähnt ja es ist schön für dich ich habe nur so ein so ein leichtes dort skocht und als kameransicht an die du wie du wie ein jörg und ihr jetzt rechts da wurden bis jetzt hier gleich so wie du wie du bist du und unter vier funktionen dubi 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 der gasten singt sich ein lied und diese schallschutzwände die sind cool die sollte man meinen um sie bringen der irgendein da irgendjemand wird das ja machen mit sich man kennt das ja lalala ich komme richtig aus dem quark hier also ihr werdet mich sowieso gleich direkt wieder überholen gut ich sag mal so um sie vor rum ist in letzter zeit sowieso immer wieder was erlaubt wo man sich fragt warum eigentlich was ist denn da erlaubt nach dass ich mir immer mal so merkwürdige beiträge wo ich mich fragen was ist denn da los keiner macht was gegen also das stimmt ja gar nicht also ich habe also jetzt hier da wird alles zensiert und so also man kann da nicht machen was man will das ist gegen das grundgesetz was die da machen ja da werden einfach beiträger werden da einfach vorher geprüft ob die inhaltlich in ordnung sind also das finde ich eine unverfrorenheit also schlimm 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 ironie aus wir sollten geschwindigkeitsüberschreitung bei der nächsten stadt mal rausfahren und dann dass du dich reparieren kannst was bringt das mit einem halbzerkrüppelten lkw zu fahren ja es bringt das hier so zu zerrasen und dann noch geschwindigkeitsüberschreitung zu bekommen also ich fahre 80 also mit rasen ist da nichts geradeaus ja klar ist geradeaus ist gerade mein lkw aus oder ich habe kein motorengeräusch mehr was das denn doch jetzt ist es wieder da ist das irgendwie ein anderer straßenbelag gerade weil ich habe doch gesagt es gibt reifen zu uns mehr aber der klingt plötzlich so wohl eben klang ja noch so voll deswegen ist ja auch wohl die karte hast hast du dich nicht immer über leute beschwert die in der mitte fahren ja aber die rechte spur ist für die abbieger zur information an die wir müssen nicht abgeben ja aber auf die rechte spur müssen wir aber die rechte spur ist für abgeber abgeber oder abbieger sagt das doch hatte kassen doch ja nee ich höre dem netz und ich merke das schon und du siehst mich auch nicht weiß ich nicht mehr ist nicht da ja nee jetzt sieht ja so weg ja genau mit neun könnt ihr schon wieder ich könnte jetzt schon wieder so eine waffel essen ja das ist schlimm ich muss in die spiegel sind eigentlich mein wasser wo ist mein wasser wer hat mein wasser geklaut das habe ich mir gerade eben genommen die waren noch nicht angebrochen die flasche also für diejenigen die sich gleich wundern wie ich fahre ich habe jetzt gerade mal ganz kurz beide hände vom lenkrad ja also das macht aber keinen unterschied ob wir beide hängen länder am lenkrad ja ja der ist der zieht nicht mehr fahrten wer zieht nicht mehr jetzt ist die zue gerade er ist es schwierig eine flasche mit einer hand zuzudrehen kollegen er ist der zieht halt nicht vor allem weil er sich versprochen werden entschuldigung ja wenn dann musst du dich schon richtig raushauen ja klug bär und dann warum bremst du denn so ab eine mutter funktion ja dann guckt doch jetzt mal nach einer stadt ausschauen ich muss immer nach der taste e gucken aus wieder aus hast du es nicht auf den linkrad gelegt ja zu einfach ja ich habe ich auch nicht julian weil das noch brauche ich ja nicht täglich auch mal einmal und dann ja wohl wenn der an die einem reinfährt dann brauchen wir wenn man mit mann die konvoi fährt dann brauchen wir nicht achtung hast du die julian für dich ne ich fahr jetzt links ich blicke links und fahr jetzt links bist du links vorbei bist du links vorbei julian julian sollen wir ihn mal in die zange nehmen wollen das kassen oder weiter und weiter sie waren die macht so weiter und ich mache gleich ein fahrmanöver wo du nichts mehr gegen machen kannst das war eine drohung warum gut zu einem jetzt fahren wir gerade nebenan ich fahr nur mit sachen mit bescheid wenn ich vorbei bin du kannst rüber ich kann nicht rüber er kann ja rüber jetzt kannst du doch hast nicht überholt ich jetzt auch ne 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 dann halt nicht ja ich habe jetzt geblickt dann bin ich halt nicht mehr dann halt nicht willst du nicht reparieren oder das willst du auf dem parkplatz reparieren und nein ich meine generell gesehen ja ich weiß ja nicht wo die nächste stadt ist das ist ja das problem wir hätte ja jetzt auf der andy der will mich überholen das geht aber nicht der baut busse als spiel ich baue dir auch gleich ein bus ich hätte jetzt auch gemeint sein können und ich einfach in die wand quetschen können ja ich habe schon gemerkt dass du rüber ziehst ich habe ja schon vollgas gegeben in folge aus geben hätte hätte nur eine staubwolke gesehen muss ich immer wieder lachen immer wieder ja immer wieder pass auf verschluckt dich nicht warum ist der himmel so seltsam ich dachte es würde hell also am nächsten parkplatz würde ich gerne mal kurz halten um mal auf die karte zu gucken muss muss man pipi ausgaben zu regnen wo ist denn mein scheibenwischer also bei mir so komisch bisher regnen tut es jetzt noch nicht ich brauche es doch nicht unbedingt ach mein lkw hört sich so schön an der meiner nette ist sehr laut jetzt fängt es bei mir auch an zu regnen bei mir auch muss ich wieder den scheibenwischer finden super also fahre ich im neutralgang sehr schön lässt du mich jetzt vorbei oder nett warum nicht das denn erst mal auf intervall so stark kriegen warum nicht weil du meine karte kaputt gemacht habe ich bedränge ich bedränge dich leichter mit deiner komischen rauf leider wusste nicht abbiegen da könnte auch gar nicht da würde gegen die wand fahren